Es ist gut, so zu leben, wie man denkt, anstatt darüber nachzudenken, wie man lebt. Das Gute dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Es ist gut, so zu leben, wie man denkt, anstatt darüber nachzudenken, wie man lebt. Das Gute dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Es ist gut, so zu leben, wie man denkt, anstatt darüber nachzudenken, wie man lebt. Das Gute dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt.